Hi ihr Lieben, heute mal wieder aus meiner Küche. Ich habe ein Rezept für euch und zwar für selbst gemachtes Schoko-Bananen-Eis. Das ist ein veganes Eis. Ich muss nämlich gestehen, ich hatte die letzten Tage oder sogar Wochen eine ziemliche Sucht nach Eis. Vor allem dieses leckere Chocolate-Brownie-Eis oder Cookie-Dory, ihr kennt das bestimmt. Und da dachte ich, okay, ich muss jetzt mal eine gesunde Alternative finden, die auch gut schmeckt. Und es gibt viele Nice-Cream-Rezepte, so halb es nämlich. Ich dachte, ich mixe das jetzt einfach mal so ein bisschen und mache so ein Schoko-Bananen-Eis draus. Die Zutaten, die ich brauche, sind natürlich Bananen. Das sind gefrorene Bananen. Dann noch Datteln, die über Nacht in Wasser eingelegt sind, damit die ein bisschen weicher werden. Und außerdem noch Kakao-Nips. So, für das Rezept würde ich eigentlich auch noch Kakao-Pulver nehmen, davon habe ich aber jetzt leider nichts mehr da. Deswegen nehme ich die Kakao-Nips erstmal zum Garnieren und ich zerbrüsele die auch so ein bisschen, um das dann ins Eis mit reinzumischen und dann Schoko-Eis draus zu machen. Was ich sagen muss, die Kakao-Nips sind natürlich ein bisschen bitter. Das ist echte Schokolade und das sind die meisten wahrscheinlich nicht gewohnt. Dafür sind halt die Datteln da, um dem Ganzen ein bisschen Süße zu geben. Natürlich auch die Bananen, aber man schmeckt halt schon noch durch. Also fühlt euch frei, einfach ganz normales Kakao-Pulver zu benutzen. Aber ich würde es, wie gesagt, ganz gesund haben. Deswegen nehme ich die Kakao-Nips. Okay, genug geredet. Vielleicht werde ich da noch ein bisschen Mandelmilch benutzen, aber ich gucke einfach mal, wie die Konsistenz ist vom Eis oder der Nice Cream. Und da fange ich jetzt mal an. Als erstes mache ich mir jetzt ein bisschen Kakao-Pulver aus den Kakao-Nips. Indem ich die jetzt einfach mit Mörser klein mache. Das ist so, dass ich jetzt auch okay da habe. Okay, auf in die Mörser. Und da. Das sieht doch sehr gut aus. Oh yes. Schokolips. Fertig. So schnell geht das. Nein, lass mal kein Eis essen. Also mir schmeckt's. Kann man essen. Lecker. Probier mal. Sei ehrlich. Hast du Kakao Probleme? Aber echte Kakao. Ja, das merkt man am Ende. Wird's ein bisschen bitter. Ich bin ehrlich nur für euch. Wo er recht hat, hat er recht. Aber ans Bananeneis ist sehr gut. Falls ihr gerne mal ein Ice Cream probieren möchtet. Könnt ihr auch einfach nur die Bananen nehmen. Als Bananeneis. Und das Kakao rüber direkt mit lassen. Probier's mal aus. Lasst mich wissen, wie's euch schmeckt. Also ich freu mich aufs nächste. Seid euch bis dahin. Und ich esse euch noch ein bisschen rein. Tschüss. Und wir fahren hier. Tschüss. Jetzt de